Hallöchen, hier ist wieder euer Tag und ich begrüße Sie wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und in dieser Folge backen wir mal zusammen. Ich habe mir heute in der Folge vorgenommen, mit euch mein Geheimrezept für den leckersten Kuchen in Minecraft mal zu bauen. Aber bevor wir gleich loslegen mit dem leckersten Kuchen, kommen wir erstmal zu den Zutaten. Besorge dir erstmal drei Kannen Milch, zweimal Zucker, ein leckeres frisches Hühnerei und dann musst du dir noch vom Feld draußen dreimal Weizen pflücken. Haben wir alles zusammen, können wir gleich mal loslegen. Wenn wir das alles zusammen haben, liegen wir los und zwar brauchen wir einen Kessel dafür, denn wir müssen unseren Teig für den Kuchen erstmal fertig machen. Das heißt, wir füllen in so einen Kessel erstmal unsere Milch rein. Wenn wir die Milch drin haben, können wir noch das Ganze ein bisschen mixen mit Zucker. Dann schlagen wir da noch ein Hühnerei einfach mal rein. Und zum guten Schluss machen wir noch unseren Weizen rein. Anschließend lassen wir das Ganze erstmal brutzeln für etwa fünf Minuten. Nach etwa fünf Minuten können wir das Ganze dann aus dem Kessel nehmen. So, dann wollen wir das hier mal rausheben. So, da kriegen wir dann einfach hier so einen kleinen Teig klumpen. Den hauen wir jetzt noch ein bisschen platt mit unserem Nudelholz. Da haben wir schon platt gehauen und wenn wir das denn so platt haben, müssen wir den jetzt noch in eine Form quetschen. So, eine Form habe ich schon mal hier. Da füllen wir den jetzt einfach mal unseren Teig rein. Zack. Und wenn wir denn da den Teig drin haben, müssen wir das Ganze jetzt noch in den Ofen packen. Machen wir das Ganze hier einfach mal in den Ofen rein. Und wenn wir das dann mit dem Ofen haben, lassen wir das Ganze noch so für 30 Minuten backen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, sollten wir mal im Ofen nachschauen, wie der Kuchen jetzt schon aussieht. So, dann wollen wir mal gucken, wie weit das ist. Ah, guck, da ist er schon fertig, der leckere Kuchen. Und wenn ihr alles richtig gemacht haben solltet, sollte der Kuchen bei euch denn so aussehen. Lecker, lecker, lecker. Ja, wie wir mal sagen, probieren wir ein Stückchen. Ups, Entschuldigung. Oh, der ist einfach... Oh, der ist... Ah, warte, nicht alles auf einmal essen. So, und das ist mein Rezept für den leckersten Kuchen in Minecraft. Mein eigenes Spezialrezept. Viel Spaß beim Nachbacken und lasst es euch schmecken. Ach, was soll's, noch ein Stück. Oh, der ist sehr lecker. Mh. Ups, ich glaube, ich muss einen neuen backen. Zum Glück habe ich ja das Rezept. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020